Moin! Das hier ist kein Video. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich seit Donnerstag im Urlaub bin. Und ja, das müsste eigentlich am Samstag online gehen hier. Hoffen wir, dass ich das richtig eingestellt habe. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Es ist heute Samstag, ich hoffe schon. Ja, das müsste am Samstag online gehen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich habe es nicht mehr geschafft, leider ein Video für heute vorzuproduzieren. Ich mache jetzt gerade so einen kleinen Kurzurlaub in Hamburg von Donnerstag bis Samstagnacht. Eventuell auch noch Sonntag. Aber wahrscheinlich müsste ich Samstagnacht wieder zu Hause ankommen. Das heißt, ab spätestens Montag kommen wieder ganz normal Daily-Videos. Wenn alles gut geht, dann sogar schon am Sonntag wieder, wenn ich das hinbekomme. Aber gehe ich gerade von aus. Hoffen wir einfach mal, dass am Sonntag wieder ein Video kommt. Mal sehen, man weiß es nicht genau. Und ja, wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Das war es eigentlich. Wenn ihr ein bisschen was von meinem Urlaub mitkriegen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. RyanXCole heiße ich da. Ich weiß nicht, ob ich aktiv Storys posten werde, aber da wird man auf jeden Fall minimal was mitkriegen. Allerdings, wenn ihr das Video hier seht, bin ich wahrscheinlich gleich wieder auf dem Rückweg nach Hause. Also weiß ich nicht, ob ihr noch großartig Storys sehen könnt. Aber folgt mir doch trotzdem gerne auf Insta. Wieso nicht? Ja, viel mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Schönes Wochenende noch. Und vielleicht bis morgen um 16 Uhr. Spätestens Montag 16 Uhr.